einige zeit später ich schreibe mittlerweile den fünften bohrern und ihr werdet zu achten stunde geweckt es hat geglas die wache wechselt und ihr befindet euch kurz vor dem hafen von brabak es regnet immer noch es ist immer noch warm schwül drückend und mittlerweile könnte einige fliegen hören die sich nicht nur um eure kajüte gelegt haben sondern sich auch teilweise im inneren eure kajüten befindet und euch wie ihr gerade bemerkt ekelhaft gestochen haben schmerzhafte rote stellen die euren körper bedecken und euch eher widerlich wecken kopfschmerzen die habt und der gestank der vom sumpf an euch herandringt könnt ihr auch schon hier im kap brabak auf der hohen see bemerken was wollt ihr tun richte das der pest gestank wir müssen da sein riecht nach brabak würde ich auch sagen ich werde zu empfindlich ich lasse mir von kann jetzt sind jana noch eine kleine regelstrecke mit geben so was ist doch nicht nötig warum seid ihr alle so rot im gesicht ihr eine schlimme krankheit nein das sind nicht mücken und warum habt ihr euch stechen lassen wenn das hilft dann geben wir auch mal was davon wollte ich fürchte das wird nicht helfen mich stechen die dinger nicht weil ich ein diener so muss bin und weil zum mich abenteuer so wir sind da die wir sind gleich an bord die ich habe die ganze nacht musste ich diesen ganzen dom klippen ausweichen das nächste mal macht das jahrland wieder keine ahnung warum der immer noch unten setzt beschäftigt nur gut lasst die blotze und brot kommen und das schiff dann an der ja habe ich alle schon fahren das müsst ihr mir gar nicht sagen das schiff kommt doch super ohne euch klar ja warum seid ihr denn hier weil hier einfach weniger mücken sind machen na gut ihr solltet egelschreck probieren ja du solltest mal jetzt probieren nach draußen zu gehen ja dann läuft ihr die suppe runter das egelschreck haftet auch nicht etwas ist immer ja wir sind in brabber kopfzelle ist das das problem vor allem hast du dir das ausgesucht machen ich habe ja keine wahl ja vielleicht könnt ihr etwas freundschaft ließen ich habe gehört hier sind auch torwander in der stadt keine ahnung ist das so glaube ich nicht nur vielleicht mal hier bekanntschaft die schliefen und euch austauschen ich weiß echt nicht was du willst man ist doch auch egal oder bleibt bleiben du gehst mir furchtbar auf die nerven man ja du mir auch gott sehr schön was joggt überall ich kratzen das gibt namen halt die fresse kommt geht er wieder nach draußen und entscheidet sich dann wieder macht die tür wieder zu nein ich bleib doch hier so nah haben wir auch war weißt du was ich nehme die hängematte von greifen und wenn der jetzt gerade sowieso unten ist und ihr geht ja gleich in die stadt dann habe ich einfach hier ja das ist eine gute idee und werft nicht meine briefe auf den fenster sind dann auch mehr mit irgendwelchen exen zeug nein aber wenn er dann dürfte ich lass die finger von meiner kauf prudenz hast du den schlüssel bei dir natürlich abenteuer das wohl ich hätte ja nicht ungern uns damit zu beauftragen uns mit der anderen fahne flagge hinterher zu laufen was soll denn das bringen was dann finden wir hier ganz schnell ganz viele freunde und das kann uns das bringen alles unterbaut meinen standpunkt also ein paar tote brabaki denke ich welchen standpunkt brabaka schlöcher sind wollen wir hier einen krieg anfangen oder wollen wir nur ein land gehen der krieg wurde schon vor jahrhunderten angefangen ich denke wir haben hier verschiedene ziele habe mir tut mir gefallen und fangt möglichst wenig streit an also keine flagge keine flagge was ist mit der örtlichen national hunde von al anfa die denn plötzlich könnt ihr hören wie ein gewaltiger ratsch durch euer schiff geht holz was leicht splittert was ist denn nun schon wieder los so schlimm war euer gesang jetzt auch nicht verdammt hass wolf was war das ich lege eine enge warte du arsch kommt er dir noch entgegen und du kannst sehen er war nach oben trittst wie eine der lotsen oben steht und gerade beschwichtigen die hände hebt das ist kursi ist kursi nichts wie ich sehr nichts wissen groß guck mal runter an der schrift von drunter ja du kannst sehen dass ihr in die hafeneinfahrt wohl gerade ein fahrt unter der führung eines lotsen in den häufigsten besuchten hafen aventuriens vorbei am berühmten kapfeuer und den mächtigen hafen festung aus grauem stein die hier auf einem insel leicht vorgelagert am hafenbecken liegt aber es ist wohl so schmal dass ihr tatsächlich wohl beim ausweichen eines anderen schiffes einen guten riss hinterlassen habt und das holz ist gut eingedrückt an der stelle kannst du noch von unten schon hören wie es rufe von den treuzackern gibt und dann auch die ersten handwerker die besorgt nach unten eilen aber schon wissen dass hier etwas zu tun bekommen lote wenn ihr bezahlen es kursi ist kursi nichts wissen das werden ich versuche mal dem los zu helfen möchte dem lotsen helfen beim navigieren ja möchtest du seefahrt würfeln oder ja ja steuermandert spezialisierung könnte gelten habe ich leider nicht sieben punkte ja du stellst dich schnell nach oben zu ihm und siehst dass es brutal schwierig ist hier reinzukommen und er hat dann wohl den den besseren felsen gewählt gegen den geschraubt ist anstatt gegen ein schiff was dann euch auch mit geschwindigkeit entgegen kommt das hätte natürlich mit dem impuls enthalten das natürlich dann auch noch eine ganze menge mehr kaputt machen können vor allem wenn man dann noch bedenkt dass die segel aneinander stoßen also ob er schuld war man kann das natürlich jetzt nachtragend man könnte die da jetzt anklagen oder sowas aber das ist schon richtig schwierig in brawack zu navigieren das hat er nicht schlecht gemacht sonst wäre wenn das andere schiff gefahren und die haben einen rammsporn ist kursi kursi nichts verstehen nichts wissen kein kein gerät ja ja bringt uns einfach dorthin an die andere stelle wo wir hingehören und keiner unfälle mehr an beiden ufern des mühsop liegt nach stürmerscher fahrt endlich die stadt mit den weiß gekalkten häusern und dem satten roten ziegeltach ein wahrer wald und aus masten beherrscht den überraschend wenig ausgebauten hafen schiffe aus allerheren länder bornische schivonen potten aus dem mittelreich einheimische fischkutter und freibeuter schiffe viele horasia auch unweit liegt hier die werft wo auch die könig beleistung liegt die galerie des königs stolz vorankern ja zahlreiche kleine boote die dann hier auch versuchen euch zu navigieren oder die anderen ihr könnt erkennen wie wohl an einem schiff ungefähr nur dreimastige taluka also schon etwas größer da schrauben wohl gerade zwei drei krokodilleros in schutzkleidung am rumpf ein paar morfus ab die sich da wohl an die schiffe angehaftet haben und ihr könnt jetzt auch wenn ihr das seht bei den anderen an euch herunter gucken und sehen dass ihr wohl selbst einige lotsen habt die eigene morfus von euch herunter kratzen unzählige menschen drängen sich an den anlegestellen wo offenbar schon an großen tribünen gearbeitet wird und das grollen der brandung möwengeschrei der salzgeruch des meeres erfüllt die luft stinkt nach dem sumpf und weiter stadt einwärts thront auf einem hügel nicht nur der königspalast und dem wie harpy flattert sondern auch eine gewaltige schwarze pyramide die einen großen schatten wirft willkommen im brabak es ist genauso schön wie beschrieben wenn ja ist es schöner als vermutlich anfang aber was wollte ich unbedingt noch mal das wasser von von genauer beobachten kapitän oder was soll dieser dumme kommentar ich glaube ihr seid eben auf den kopf gefallen sehen wir dasselbe scusi scusi kann man gut preis bei werft wir reparieren gut wenn ihr es bezahlt gerne bezahlen nicht gut nicht gut ihr bezahlen ihr habt das schiff beschädigt ihr bezahlen gut werft sonst schiff sinki sinki ich werde mit meinen handwerkern sprechen ob es notwendig ist hier wird man ja schon beim einfahren in den hafen übers ohr gehauen machen die das schiff kaputt und wollen die da auch das mit und für die reparatur bezahlt ich würde damals nur zu anderen schmiedern gehen wahrscheinlich ist wahrscheinlich dafür zuständig kapitän ja zum glück ist noch nicht viel wasser reingelaufen aber es ist etwas schwerer als normal könnt ihr das sehen ist jetzt so einen großen klecks öl wasser auf ihrem finger und streift es gerade an ihrer schütze ab ja ich weiß nicht also wir sollten wir sollten auf alle fälle eine ganze menge noch machen schafft ihr es allein oder müssen wir in der werft dafür bemühen also wir können hier auf alle fälle nicht nach zwei stunden wieder los das geht wohl nicht ich weiß nicht nach roter lehm da ist ja nicht viel passiert aber also eine werft wäre natürlich schon gut ich weiß nicht ob man ob man da die handwerker braucht aber da kann man zumindest trocken legen na gut dann werden wir das schiff in die werft bringen lassen ihr beaufsichtigt die handwerker sie alles richtig machen ja das kann ich natürlich tun es sind ja dann unsere handwerker ich würde erstmal mit unseren arbeiten und wenn ihr sagt dass wir weiß ich nicht unter zeitdruck nach zwölf stunden wieder fahren müssen dann würde ich mir welche dazu nein ich denke nicht okay gut und danke an das spieler ja gerne dafür bin ich ja dann lasst am besten gleich die die werft ansteuern ja danke ich wusste sie nichts wissen gut werft schiff sinki sinki ja die schiff sinki sinki bringt das schiff in die werft über den preis einigen wir uns noch nix preis nix verstehen ja da reden wir noch ja so könnt ihr die gewalt gewerft anlegen und tatsächlich sehen wie hier zahlreiche weitere schiffe trocken gelegt worden sind oder bereits wieder ja gut demnächst wieder auslaufen könnten also das kap raback wird wohl tatsächlich seinem ruf gerecht und die cup feuer die hier überall zahlreiche brennen ja also du kannst du rasier neben dir kennen noch ein born länder der wohl ebenso aufgelaufen ist und vor allem die großen schiffe war das erwischt die dann da auch mit viel gefeil von von einem anderen horasia dann versucht wird den preis runter zu halten und es gibt auch direkt einer der der euch einweist wo ihr dann reinfahren könnt hinter euch schließt sich dann auch direkt die schottmauer damit man dann das wasser ablassen kann und die wissen bereits bescheid es ist nicht das erste schiff was jetzt hier einläuft und eine große planke die dazu rüber geschoben wird verlassen und mal diesen schiff baumeister aufsuchen die lauflich auch man auftaucht ja da war das ein bisschen du kannst schon sehen wie zahlreiche andere handwerker um euer schiff herum wuseln und es klingt so als würde ein stöpsel gezogen werden oder irgendeine mechanische apparatur in gang gesetzt werden und du kannst sehen wie das wasser unter euch dann abgelassen wird und nach kurzer zeit setzt euer schiff dann auch auf dem trockenen auf dann kannst du sehen wie eine person in einer grau schwarzen gewandung auf euch zukommt die hände in seine eigenen taschen des mantels geschoben und er kommt ihm merkwürdig vertraut vor weiß nicht genau wo du ihn das letzte mal gesehen hast oder an wen oder was doch unternehmen und er nickt ihr einfach nur zu mit einer raspen denn schlimmer spricht er willkommen in marburg wir können euch einen guten preis machen wir haben schon von eurem heldenschiff gehört haben wir uns nicht schon mal gesehen nein aber ich habe von euch gehört die werfte saß keine sorge wir kümmern uns gut um euer schiff nun macht einen preisverschlag tja erst einmal sind da sicherlich die einfluggebühren die einzugs gebühren die einreise nach brawack tja je nachdem wer alles vom schiff gehen will bis zu fünf dukarten kann das kosten wie viele wollen denn von bord kommen braucht ihr armbänder ich bezahle auch nicht damit die leute vom schiff dürfen doch das ist das gesetz vom könig was wenn könig könig mit sie ja ja nun das werden wir klären könnt ihr gerne tun ich kann euch die gesetzbücher aufs schiff bringen lassen wenn ihr wollt nein danke für einfache tagelöner fünf heller für gut verdienende professionen magier kaufherren krieger was konnten wir haben was kostet ihr aber so des schiffes tja nur ein kleiner stoß habt ihr eigene handwerker natürlich dann werden wir wohl eine tagesgebühr verlangen für die nutzung der werft sagen wir 50 dukaten weil ihr seid 50 dukaten pro tag nur damit ihr liegen dürfen ich kann das was auch wieder reinlassen keine sorge weiß ich ob es hier noch andere werfen gibt das ist die einzige gewaltige werft der hafen ist groß er ist nicht ausgebaut es gibt also keine richtige anleger stelle da haben wir keine große wahl wie aussieht ango schmierer sagte mir wir müssen diese werft besuchen richtig ja ja dann müssen wir wohl den preis bezahlen von fünf zu kann wie lange braucht ihr braucht ihr braucht ihr handwerker von mir ich sagte nein wir haben selber handwerker ich brauche gar keine zeit ihr könnt so lange vor ort liegen wie ihr wollt 50 dukaten pro tag dann werden wir diesen preis so bezahlen wie gesagt ich bringe euch gerne die gesetzbücher von könig messerion nein das wird wohl nicht nötig sein unsere zöllner nehmen fünf fehler für einen tagelöhner und fünf dukaten für kapitäne kaufherrn kriegerin magierin ihr seht mir aus wie alles kaufherr kapitän und magier aber ich nehme keine 15 für euch das ist sehr freundlich von euch ja du siehst wo wir versucht zu lächeln aber sein lächeln das hat lippenlos und er ist so ekelhaft weil du siehst auch wie seine haut so ein bisschen schuppig ist und kriegst was das kotzen er hat doch fast keine ohrmuscheln also diese scharra saß wirklich widerlich weil sie sind halt keine hexen aber sie sind halt auch keine menschen sie sind so einfach von fecks verflucht gut ich würde mir einfach umdrehen und wir an bord schiffes gehen engagieren weil durch ich will hier so schnell wie mich weg aus dieser werft kann ich verstehen also gut ja noch gehabt dass sie dass die seite runter wir arbeiten sofort los wie lange braucht ihr etwa ich muss mir die schäden angucken kann ich jetzt noch nicht sagen aber mindestens fünf stunden gut das bereichen mindestens so lasst mich jetzt arbeiten laikasch wer du nennst mit lokalasch ich hab dann ja unter decken in die kajüte so nun wie ist der stand der dinge wir müssen wohl wahrscheinlich mindestens einen tag in dieser werft bleiben und die bühne bezahlen nun das ist noch mal schätze ich 50 karten sind keinen sportpreis nein das klingt in der tat etwas überzogen und wir haben keine andere möglichkeit es gibt wohl keine andere werft ihr das stimmt das stimmt das habe ich auch nicht gesagt also was wollen wir tun ich wurde vorschlagen wir besuchen dem er vertreten kapitän die tür geht einfach auch und du kannst sehen wie isma bahn reintritt die wollen ihr geld dafür dass wir von bord gehen dürfen das scheiß gibt mal geld hast du kümmern das war das glaube ich nicht ach so der schläft da der brummt einfach nur und wenn die matrosen von bord gehen wollen können sie das doch bestimmt von ihrer heuer bezahlen für was bezahlen wir sie denn ja ich war schon diamantes oder was wir machen das folgendermaßen das ist eine gefährliche stadt in der es geister gibt nicht war aber mir stimmt doch oder es gibt ja das stimmt doch oder nekromanten soll es dir geben toten beschweren als oberster bord marcus ordne ich an dass niemand ohne einen triftigen grund das schiff verlässt was für eine scheiße könnt ihr denn wenigstens alkohol hier so auf schiff bringen lassen das kriegen wir wohl hin okay das ist aber genug für alle die haben sich das verdient ja aber mir bezahlt das dann naja gut mit den romanten und geistern will ich nichts zu tun haben dachte ich habe schafft mir den alkohol naja gut dann das war auch für die mannschaft gesprochen und so man muss nur wissen wie man sie überzeugt nicht von bord zu gehen ist man hat die tür offen gelassen wie konnte so einer nur mannschafts sprecher werden naja ich trete mal die tür zu weil der rest von denen noch dümmer ist als der gemein eingesehen dass er das schiff nicht verlassen sollte wenn geister oder nekromanten draußen sind ja also ich habe einen vorschlag aber mir gehst mit voltax und schaust du dieses magier zeug an und ich und diamante schauen uns den raja tempel an und besorgen etwas alkohol für die männer klingt vernünftig ja dann haben wir doch einen plan und auf dem rückweg könnt ihr euch doch auch noch um den fettempel kümmern oder nicht ja so wen würden auch ein jahr nachforschung anstellen müssen richtig machen wir dann so ja gut dann haben wir ja alle etwas vor schätze das kriegen wir gut hin dann viel glück und lasst euch nicht von den nekromanten erwischen doch ihr wollt nicht mit vom schiff runter nein doch klar aber wir trennen uns doch auch so klar aber mir ist ja mit bei denen per du dich die spektakulität persönlich ja ja auch kapitän lassen lass uns gehen raffin ja viel spaß euch gleichfalls und holt euch keine im reihe tempel ja 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 ich finde es schön dass raffin jetzt vor hat eine erblinie zu begründen da ist er genau an der richtigen stelle wenn der im reihe tempel anfängt zu suchen ich bin nicht sicher ob das götter gefällig ist aber gut lassen wir das ich sage euch vor ist eine frau wie die aussieht wie raffin und die sie wirklich treffen es wäre interessant ja kann mir raffin nicht mit langen haaren vorstellen oder überhaupt mit haaren das macht mir ein wenig angst aber aber gut ach aber mir nicht immer so negativ sein er wird bestimmt eine wunderbare frau finden wenn er ihn nicht kaputt macht ach glaube er weiß seine kraft gute einzusetzen er ist eben doch kein plumper klotz sondern ja schon ein raffinierter kraft ja ja dann lasst uns doch mal zu eurer akademie gehen wir sagt ihr kennt die spektabilität ganz gut wer ist das so erzählt mir doch etwas von ihm oder ihr spektabilität ja ich hatte sie beim ersten mal in gar in ponien getroffen sie ist eine wie soll ich es beschreiben eine schöne frau eine schwierige frau eine gefährliche frau das trifft alles auch auf jahrlandseher frau zu nun auf sie trifft es noch um ein vielfaches mehr zu könnte man sagen das schön das schwierig oder das gefährlich welches von den dreien alles nun dann wird das sicherlich eine reinste verglückliche angelegenheit wenn wir sie treffen nun ja das wird sich zeigen ich gebe euch einen guten rat wenn ihr magister polvera trifft geht ihm aus dem weg die namen der ist jetzt schon einmal gefallen was ist das denn für einer nun auf ihn trifft wohl die bezeichnung nekromant am besten zu er riecht er riechen wie wir riecht er wie er riecht wie ein habt ihr schon einmal ein schlachthaus betreten ja natürlich seht ihr stellt euch ein schlachthaus vor was seit 15 jahren geschlossen hat und die kadaver hängen immer noch dort oder nicht ja nun gut das kann ich mir vorstellen weil wenn dort keine kadaver mehr hängen dann wäre der geruch eines normalen hauses und sein faktor dumm nun ich werde ihn erkennen ich rate euch macht einen großen bogen um ihn das werde ich tun was kann ich sonst noch sagen fast nichts an er hatte die hand gebrochen ich weiß du reibst du reibst ja immer schmerzhaft über die gebrochene hand ich bin nicht die aller keine sorge ich fasse nicht einfach irgendwelche dinge an das wird sich finden ich hoffe doch dann zeigt doch bitte den weg ich würde mal vorgehen also ich glaube diesen klotz kann man gar nicht verfehlen ja erst mal vorbei in den planken bis du dann aus der werfte raus trittst du dann vor ein paar zöllen dann stehst die da feixend rauschkräuter noch irgendwie im mund kauen und die dann zunecken willkommen in bravac hallo ein säckchen zuwerfen das wird bereichen tagelöhner ne tagelöhner ihr seid tagelöhner guck kurz rein was hast du dazu rufen hat für 15 silber stücke pro tag wartet wartet ihr kriegt auch bändchen damit könnt ihr einen monat herumlaufen gut sonst wirst du noch mal bezahlen wenn ihr morgen oder nachher wir werden und raus holt ja gut dann gibt dieses bändchen her ja bitte schön danke danke damit viel spaß in der stadt bahn ja ich würde mal die straßen auch mal rechts und links gucken wahrscheinlich über händler mag ja überall händler vom verschiedensten couleur du findest alles in dieser stadt alles weil alles über bravac gehandelt wird alles umgeladen wird und sich durch ein gesetz von könig mit serie und eben auch alles irgendwie hier umschlagen lassen muss wenn du 100 prozent irgendetwas abführst dann wird sicherlich fünf prozent von von dem ding hier vom schiff gefallen sein aus versehen mindestens so dass du eben wie gesagt alles zu hohen preisen findest und man hat ja auch keine skrupel alles zu verkaufen man rühmt sich dass man hier sehr tolerant ist und während du dann durch die einzelne marktstelle schreifst die überall in der ganzen stadt aufgebaut sind kannst du auch sehen wie wohl eine gruppe aus fünf echsen kriegern und einem zieliten sich hier auch an dem markt umschaut gut stehen geblieben sind und sich dann in ihrer kulturalen sprache unterhalten sich die Ksaatsk ist xa, xolluxlxritidli